Grüß Deng, ich bin Südenker Stefan aus Südtirol. Wir starten heute unsere nächste Tour. Wir sind jetzt auf der Seisalm umgekommen auf Kompatsch. Wir sind jetzt vorne mit dem Auto raufgefahren. Ansonsten muss man natürlich mit der Salpan rauffahren. Ist auch wunderschön. Und von da aus machen wir jetzt eine schöne Tour. Kommt mit! Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt haben wir eine schöne Rundwanderung gemacht. Richtung Spitzbühel, dann an der Laurinhütte vorbei. Und jetzt sind wir umgekommen durch Panorama. Und jetzt sind wir einkehren und dann sind wir in Stöck. Mit einem guten Südtiroler Wein, einem Wiener Speck, einem Kais, Kaminwurzen und geniessen die Sonnenterrasse. Mahlzeit! Ja, jetzt sind wir eingekehrt nach der Turnenhütte und genießen ein paar hausgemachte Raviali und einem guten Südtiroler Weißwein. Mahlzeit! Ja, mittlerweile sind wir wieder zurück von der Tour. Mal wunderschön heute. Eine ganz tolle Rundwanderung, herrliches Wetter, super Aussicht. Wir sind sehr gut eingekehrt auf die Hütten. Und ja, jetzt sind wir wieder umgekommen, jetzt sind wir noch in Kampatsch, können wir noch gemütlich einen Kaffee trinken und lassen langsam haben. Und wir, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank!